Servus, Grüezi und Hallo meine Freunde! Rushing Ronny hier mit einer weiteren Folge Trouble at Terrorist Town. Zusammen mit den gleichen Spasses wie immer. Habt Spass, lasst uns unten an. Let's go! Jeder, wenn du über den Turm kommst, ist tot. Hahaha, Erster. Geh weg! Hey, holt, 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 holt! Ah, sorry, du bist gerüstet. Komm weg, ich bin eh bezahlt zu sein. Ich bin tot. Sorry, Sie wollen mich. Nico hat eine Granate geschossen. Sie sind neben dir angeschossen. Ich komme auf den Jungs. Oh, sie sind. Geh runter! Ich bleibe oben. Du hast eine richtige. Geh weg! Alter, was ist jetzt los? Er hat mich wohl abgeschossen. Das ist das Problem. Wir müssen wieder werden. Sie müssen nicht begreifen, wie es funktioniert. So, er hat eine Granate geschossen. Ich habe wirklich einen Spass geschossen. Spass. Hast du auf die Granate mit uns schießen? Als Traitor. Was ist Spass? Ich bin heute im Museum meiner anüben. Also, nachlassen. Kann ich jetzt das? Ja, mit R. R für Reload. Genau. Nein, für ein neues Räuelchen. Jetzt habe ich es noch nicht mehr. So, eine weitere Folge. Timo, eben hinter dir. Weitere Folge Timo? Ja, weitere Folge Timo. Timo, interessant. Das ist sicher der alle. Timo, eben hinter dir. Das ist sicher der alle. Du nicht, du nicht. Bis jetzt, schon wieder. Hey! Hey! Uh, da hinten ich lebe. Du bist so schlecht, ey. Alter, was ist das für eine Runde? Du bist so schlecht, ey. Was ist das für eine Runde? Wollen wir gerade die Map wechseln? Nein, nein, nein. Die Map finde ich eigentlich nicht geil. Die Map finde ich eigentlich nicht geil. Nein, nein. Du bist schon ewig so weit. Du bist so weit. Nein, nein, nein. Jetzt bist du da, ey. Ich komme jetzt zu dir hoch, Kai. Nein, du kommst nicht da hoch. Komm mal, ich komme jetzt hoch, Kai. Du kommst nicht. Kai, du willst wieder mal schiessen. Hört auf, hört auf, Junge. Hört auf. Simon ist da unten. Ja. Ich gebe jetzt den Friedensrichter. Warte, ich komme mal hoch. Nein. Also, lass ihn hoch, lass ihn hoch. Er wird sicher erschossen. Ich glaube, ich weiss, wer es ist. Ich bin der Friedensrichter. Der tut deine Scheissflinte weg. Wie mache ich das? Hier. Wow, wow, Kai! Er ist einfach... Bist du das gewesen, Niko? Ist der Kai tot? Alter. Ja, er ist tot. Ich weiss, wer es ist. Ich weiss, wer es ist. Was ist jetzt der gestorben? Du bist gestorben, du Spass. Ich habe gesehen, wer erschossen hat. Wer ist der da am Boden? Niko. Ich sage so viel. Niko, warum rettet der Niko? Der Traitor ist beim Space-Zug. Mit dem Sniper auf einer Seite. Hahahaha! Dömmel! Da bist du! Äh! Ronny, bist du da am Boden? Nein, ich lebe noch. Wooh! Au! Oh, Timo ist runter. Der Dömmel ist runter in die Traitor-Room. Oder auch nicht? Alter, von wo scheissst du auf mich? Ich bin mitten auf der Strasse mit der Schosser. Wir steigen. Wir steigen. Hau! Ich glaube, er ist hinten rechts da, Timo. Sehen wir fast nicht. Warum nicht? Wir steigen. Wir steigen. Wir steigen. Wir steigen. Ah! Ich bring dich zur Ambulanz, mein Freund. Ich helfe mir! Ja, ich helfe dir. Was hast du für eine Waffe? Das M16? Nein, das M16. Nein, das M16. Ah! Lop! Was? Juhuhu! Robi! Hallo! Mann! Äh... Freunde! Warum gehst du dagegen wieder? Timo, Mann! Hahahaha! 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 Ich hab' den Nico noch gesagt. Ich hab' gar nicht mehr gesagt, dass sie die Doppel gesehen haben. Wir haben gemeinten, kein Ecker. Ah! Drang! Mit der Leich anstelle dort! Hahahaha! Ich hab' den Nico auf der Apollanz bringen! Hahahaha! Ja, passt schon! Hahahaha! Hahahaha! Gar nichts hat der Graf! Timo! Timo! Ich hab' dich von Anfang an gesehen, wie du hinterherziehst. Ich hab' dich so gesehen, wie du hinterherziehst. Ich hab' dich so gesehen, wie du hinterherziehst. Ich hab' schon gedacht, dass du hinterher bist. Im Fall. Hä? Ich hab' schon gedacht, dass du hinterher bist. Ich hab' mich umgedreht und so geschaut. So! Jungs! Es wäre wieder soweit! Hey, 32. Oh! Oh! Timo! Ich hab' fast nicht mehr gehört. Timo! Ah! Okay! Und wo? Hey, wieso schiessest du auf mich, Alter? Ich hab' ja nichts gemacht, Alter! Du hast genau zu ihm übrigens. Ich geh' weg! Ich geh' weg, Alter! Wollt ihr jetzt eine neue Macht scharren? Oder rechts? Nein, nein! Timo, es läuft! Es wird länges. Es ist mir 40... Ist das auch Pizzatown? Ja, das ist wieder eine Chance! Kai, komm' nicht zu mir, Alter! Oder ist's? Ich weiss es! Herzlich willkommen zu einer neuen Folk Traveling Terrorist Town! Nico, schiess mich! Kai schiess auf mich, Alter! Timo, es hat schon lange gestartet! Hey! Hörner! Herzlich willkommen zu einer neuen Folk Traveling Terrorist Town! Mit den alten Verdächtigen! Mit dem Rushing Roni! Wie... ... wo er tot ist... Ja, ne, ich hab noch hier! Hallo! Hallo! Ähm Kai, ähm... Timo und... Nico! Ich hab' den Jansi, den Pijan in die drüber reingeschauten! Hat er in die dringend geschossen? Ich hab' den Jansi... Booo! What the hell? ich habe angst geht alle weg ich habe angst hallo? malattno? 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 hallo pico Ja! Katze! Yes! Ja, was soll ich machen mit einer Shotgun? Ey, Zoe, 30er, wieso hast du mich umgebracht? Ja, gar nicht mehr umgebracht. Ja, du hast mich nicht umgebracht. Ja, du hast mich umgebracht. Sorry. Sorry Kai. Haben wir auch so viel Error hier? Nein. Er ist ein Traitor. Ich habe viel Textur aus dem Plan. Wir haben nicht mehr, aber ich komme nicht vorwärts. Sollen wir nicht noch eine andere Map machen? Das ist ja richtig... Wieso lassen wir die Karte nehmen? Ja, das lassen wir die Karte nehmen. Ich versuche schnell drauf zu gehen und wieder drauf zu kommen. Kann man da? Kai! Ich komme nicht raus. So, jetzt auch mal die Reine oder nicht? Ja, gib ihm. Also. 3, 2, 1. Wunderschön. Schön seid ihr dabei. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ähm. Ja. Let's go, würde ich sagen. Wer bist du da im Dunkeln? Ja. Time Out! Alter, ich muss den Flint aufnehmen. Gott. Okay, okay, okay. Ich bin da der Bürochef. Time Out. Hahaha. Oh du bist so wiesam. Also wenn wir erschossen werden, ist es ein Team, das hier vorne steht. Hey, ich komme. Oh oh. Äh, was ist das da? Was klingt das noch so? Da biebst etwas, das macht mir Angst. Ich bin da so in ein Loch runtergekommen. Ja, das war wahrscheinlich von Timo. Soll das so sein? Ah. Muss das so? Ah, das. Weißt du, dass ich in ein Loch runtergekommen habe? Deine Tastenlampe sah. Soll ich auch kommen? Komm her, Roni. Komm her, Roni. Komm her, Timo. Was hast du da auf? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Lift hier. Ich gehe mal da rein. Uh! Ah! Hilfe! Ach, was ist das geil? Komm her. Wieso sind die alte Türen zu? Ich kann mir gar nichts tun. Komm her, Roni. Timo, wo bist du her? Ich bin runter und in den Lift hinein. Aber bevor es etwas oben ist, bist du? Komm rein. Komm rein. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Komm rein. Schnell, sonst verkörst du dich oben dran halten. Ich bin nicht Mobin. Ich bin... Alter, du kannst ja wirklich schleichen. Ich bin hier irgendwo im Strasse. Ich bin im Lift fahren. Und ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Ich bin im Rotlichtmilieu. Kommt man hier draus, Alter, auf dieser M&M? Ich habe eine Schuss gehört. Ich wollte das Licht abschissen. Das ging nicht. Ich komme hier irgendwie jemals wieder raus. Kann man die Tür auch irgendwie auftun, oder? Ich weiss es nicht. Ich frage mich, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo irgendwo rauskomme. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo irgendwo rauskomme. Ah. Sicher ist ein scheiss Traitorfall. Und ich bin jetzt einfach gefangen und kann nicht mehr machen. Da gibt es sicher immer ein Stück Traitorfall. Ja, toll. Ja, toll. Der Lift sagt hier grün, rot, rot. Das bedeutet... Kannst du den mal drücken? Dass ich... Ich... Wow, ich habe jetzt... Ah, ja. Ich habe etwas drücken. Hallo. Wohin. Okay, alles klar. Ja, mach der... Hey, ich will noch kommen. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mal einen Luftfahrer. Macht eigentlich auch Sinn, dass man auf einen Knopf drücken muss, wenn man raus will. Ja, stimmt. Jetzt bist du zu unterst, okay. Nein, zu unterst. Wow, Roni, wir haben rausgekommen, wie der Lift funktioniert. Und in dieser Zeit sind sicher alle anderen tot. Aha, warum? Niko? Niko? Ja, ich bin noch da. Kai? Kai? Demo? Jetzt kommt der Lift runter. Demo? Was ist das? Roni? Timo, ich warne dich. Ich bin nicht. Wir sind beim Lift. Ah, der Demo ist noch ein Problem. Der Kai ist tot und erst wenn sie die ganze Zeit zusammen sind. Also kann es nur der Niko sein. Alter. Nein, Alter. Wieso kommt der immer auf mich? Ich finde mich verdammt... Hey, man kann die Tür irgendwie drücken für... Aus dem Flugzeug aus. Aber sie geht nicht auf. Wieso kommen die Türen? Jetzt kommt der sicher Gas. Alter. Also ich komme verdammt nicht raus bei diesem Flugzeug, gell? Ja. Der Lift drückt. Ah, hier geht es wieder. Alter, da kannst du auch ein Geschwitz herstellen. Das ist noch geil. Timo? Aha. Aha. Timo, sag etwas. Oh Scheisse. Komm, komm. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Alter. Super gesperrt. Danke. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Jetzt habe ich nicht rausgekommen. Willst du jetzt Tümmel? Äh... Äh... Meine Map-Plätze sind einfach nicht richtig. Ja, also later werden wir nochmal mehr. Ja genau, ja voll, ja. Was ist das? Oh, ich bin schon am Aufnehmen. Yo, das wär's doch gewesen. Merci vielmals, habt ihr wieder eingeschaltet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, wer ist der fucking Terrorist? Lass uns ein Like, was auch immer, was noch passt oder lass uns ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.